Und Action! Hallo und willkommen zu diesem Digitalkamera.de Foto-MOOC. Mein Name ist Hamdix-Krone-Wolf, ich bin gelernter Fotokaufmann und Redakteur bei Digitalkamera.de. In diesem vierteiligen Foto-MOOC zeigen wir euch, wie ihr die richtige Kamera findet, wie ihr diese Kamera in den ersten Schritten richtig einsetzt. Außerdem zeigen wir euch fotografische Basics und wie die Bilder von der Kamera auf den Computer gelangen. Die Teilnahme ist kostenlos, meldet euch einfach bei der eingeblendeten Adresse an. Untertitelung des ZDF für funk, 2017